Integrität ist die Basis unseres Erfolges bei INJO. Sie macht uns zu einem vertrauenswürdigen Partner im Energiesektor, während wir alle weltweit den Wandel hin zu einer nachhaltigen Energiezukunft vorantreiben. Unsere Partner erwarten sich dabei Vertrauen. Es ist mein persönliches Ziel und das wichtigste Ziel für alle INJO-Führungskräfte und Mitarbeiter, unser Unternehmen ethisch und mit Compliance zu führen. Wir handeln integer, in jeder Situation. Wir haben null Toleranz für Korruption und Verhalten, das nicht compliant ist. Unser Verhaltenskodex bzw. der Code of Conduct enthält klare Vorgaben zu den Compliance-Regeln für alle bei INJO, ebenso wie für unsere Geschäftspartner. Bei INJO sind wir energized by Integrity. Was ist Compliance? Im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Bestimmungen zu handeln, ist die Mindestvoraussetzung für Compliance. Bei INJO gehen wir darüber hinaus. Integrität, Transparenz und laufende Verbesserung zählen zu den Säulen des Verhaltenskodexes, der maßgeblich ist für unsere gesamte unternehmerische Tätigkeit. Der Schutz dieser Werte sowie des Geschäfts von INJO stehen für unsere Mitarbeiter an erster Stelle. Der Verhaltenskodex beinhaltet unsere Grundprinzipien und ermöglicht uns die Einhaltung höchster Standards in unserer Geschäftstätigkeit und Zusammenarbeit. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie stets im Einklang mit den anzuwendenden Gesetzen, Regelungen und unserem Verhaltenskodex handeln. Immer am Laufenden zu bleiben und bei Unklarheiten Fragen zu stellen, ist entscheidend für den Schutz unserer Werte. Unsere Integrität und das gemeinsame ethische Handeln ermöglichen es uns, das Vertrauen unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner zu gewinnen und zu behalten. Wie gehen wir mit Bedenken um? Unter dem Motto Speak Up ermutigen wir unsere Mitarbeiter und Stakeholder, Zweifel zu melden und Geschäftsrisiken oder Bedenken bezüglich der Einhaltung unserer Regeln zu berichten. Inio toleriert keine Vergeltungsmassnahmen. Und es ist uns bewusst, dass die Meldung von Unregelmässigkeiten manchmal Mut erfordert. Deshalb stellen wir je nach Wunsch eine Reihe von Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zur Verfügung, bis hin zur anonymen Meldung. Die Integrität von Inio liegt in Ihren Händen. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Inio. Energized by Integrity.